I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen, mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, der Kartensketch im November, heute nur die Vorlage von mir, kein Beispiel, November ist bei mir immer ein bisschen chaotisch, ich weiß auch nicht, von Kindesbeinen an und das liegt nicht nur daran, dass ich selber Geburtstag habe und sehr viele unserer Familienmitglieder, ich weiß nicht, da kommt immer so viel auf einmal, mal sehen. Also keine Ausrede dafür, dass ich heute nicht mitmache, aber eine kleine Erklärung. Ich habe wie immer eine Grußkarte A6, in dem Fall quer, auf die Karte habe ich drei parallele Balken angeordnet, darauf ein Rechteck, nochmal ein Kreis dazu, dann der Grußtext hinterlegt und der ist auch verhältnismäßig langgezogen, dann gibt es hier an der Seite drei Punkte, da könnten jetzt Glitzersteine sein, da könnten Sterne geklebt sein oder Blumen oder was auch immer euch einfällt. Es muss natürlich keine Weihnachtskarte sein, aber es kann und ihr schickt mir eure Karte dann an die unten eingeblendete Adresse. Die Verlosung November findet am zweiten Mittwoch im Dezember statt. Ihr schickt mir eure Karten bis zum Samstag davor. Zu gewinnen gibt es das Designerpapier im schönsten Licht aus dem momentan gültigen Mini-Katalog Juli bis Dezember. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Natürlich könnt ihr auch wieder alle Karten sammeln und mir dann in einem Umschlag quasi zuschicken. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch. Guckt aber auch gerne mal in unserer Adventsreihe 10 Minuten Christmas Day von Julia, Petra und mir. Da gibt es jetzt schon ein ganz Teil Videos. Morgen bin ich nochmal dran. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags, aber ihr könnt sie ja auch nachträglich anschauen. Das ist ja gar kein Problem. Ich wünsche euch wie gesagt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.